Sehr schön, ja, herzlich willkommen zum letzten Session Slot des Joomla Day 2019 Deutschland Gießen Tag 2. Mein Name ist David Yadin, ich bin der Leiter des Joomla Security Teams, das JSST, das Joomla Security Strike Team, ist ein wahnsinnig spaßiger, wahnsinnig lustiger Job. Wir machen den ganzen Tag, werden wir immer dann aktiv, wenn andere Leute irgendwo Mist gebaut haben und man sieht uns eigentlich immer nur dann, wenn, wie heißt das so schön, wenn die Exkremente den Ventilator treffen, dann treten wir in Erscheinung, das verleiht uns einen wahnsinnig positiven Ruf, wir, das ist mehr oder weniger so dieses Trüppchen plus minus, gab ein paar personelle Wechsel, ja, aber es ist ein sehr nettes Trüppchen. Das Einmaleins der Joomla Sicherheit fängt bei einer ganz offensichtlichen Frage an, nämlich warum muss ich mich schützen, warum gibt es überhaupt Angriffe? Dahinter steckt ein gängiger Irrtum bei Seitenadministratoren, insbesondere wenn es irgendwie, weiß ich nicht, ist ein Dackelvereins-Webmaster da? Gut, dann kann ich das als Beispiel nehmen. Bei Dackelvereins-Webmastern oder anderen Leuten, die das eher im Hobbybereich machen oder KMUs oder sowas. Die normale Argumentation ist immer, ich muss mich nicht um Sicherheit kümmern, ich werde ja nicht gehackt, weil meine Seite ist so unwichtig. Bei mir ist ja sowieso nichts drauf. Was soll denn da, warum sollte mich jemand angreifen? Dahinter steckt die Idee, dass Angreifer entweder mal mindestens die NSA sind und Industrie-Spionage im großen Stil betreiben wollen oder dass das irgendwie so der übliche Keller-Nerd ist, der, weiß ich nicht, VW angreift, damit er Ruhm, Geld und Street-Credibility bekommt. Die Realität ist aber, dass die eigentliche Motivation bei den Angriffen, die wir so sehen, deutlich einfach nur Geld ist und das funktioniert darüber, dass ein erfolgreicher Angriff auf eine Joomla-Website oder überhaupt auf eine CMS-Website immer bedeutet, dass man die erfolgreiche Kontrolle über den Webspace dahinter bekommt. Und darum geht es. Eure Webseiten sind total egal. Es geht nur um den Webspace. Weil mit so einem Webspace, das ist ja quasi wie leistungsfähiges Hosting für laut, das man da bekommt. Da kann man allerlei coole Sachen mitmachen, also Viagra-Spam verschicken oder Bitcoin-Spam verschicken oder Höhle-der-Löwen-Spam verschicken. Das ist das, was ich aktuell so bekomme. Man kann so eine schöne Phishing-Seite drauf hosten. Man kann Wikipedia damit platt machen. Man kann Online-Shop-Betreiber anschreiben, kann sagen, hey, hier, da bitte drei Bitcoin hinlegen, sonst machen wir morgen euren Shop platt mit so einer Attacke. Da gibt es allerlei schöne finanzielle Modelle, wo man sich einfach ein paar Euro dazu verdienen kann. Und aus diesem Grund ist es total egal, was auf eurer Webseite ist. Ihr seid immer ein potenzielles Ziel. Das muss euch einfach klar sein. Was zeige ich denn da? Ah, genau, das ist mal so eine, das habe ich mal rausgesucht. Diese Art Angriffe, über die wir hier reden, funktioniert in der Regel immer nach einem bestimmten Schema. Es gibt so wunderbare Seiten wie exploitdb.com. Da kann man hingehen, gibt den Namen des Systems ein, das man gerade angreifen will. Und dann hat irgendjemand unter Garantie mal eine verfügbare Sicherheitslücke in ein Beispiel-Skript gegossen, mit dem man so ein System dann angreifen kann. Dann lädt man sich das runter, hier schön Copy-Paste auf den Desktop, gibt noch die URL des Ziels ein, hat man vorher gegoogelt, ist ja nicht so schwierig. Drückt Enter und dann wird die Seite haupts genommen. Das ist keine Raketenwissenschaft. Sobald so ein Angriff einmal, wie wir sagen, geweaponized worden ist, also wenn aus der theoretischen Lücke ein benutzbares Skript geworden ist, ab dem Moment ist das total trivial. Und das ist der Gegner, gegen den es hier letztlich geht, Menschen, die massenhaft mit vorgefertigten Angriffen aus Geldgier-Webseiten übernehmen. Genau, das ist der Gegner und jetzt kommt die offensichtliche Frage, was kann man denn dagegen tun? Deswegen seid ihr ja hier. Ich habe ein, ich glaube, entweder ein 10x10 oder ein 11x11 zusammengestellt, die wichtigsten Punkte, die man so haben will. Offensichtlich ist es praktisch, gute Passwörter zu verwenden. Gute Passwörter bedeutet die üblichen Dinge, genug Zeichen. Also ich sage mal, wenn ihr state of the art unterwegs sein wollt, so 16 Zeichen wären schon cool, Buchstaben, Zahlen, Sonderzeichen, nichts, was in einem Wörterbuch steht. Bla, das Übliche. So und jetzt kommt die bittere Realität, das ist sowieso egal. Also ihr könnt von mir aus statt 16 Zeichen auch 10 benutzen, das wird trotzdem keiner cracken und wenn ihr dreimal Seerose hintereinander schreibt, dann reicht das auch. Wieso? Weil Brute Force, also das stupide Durchraten von Passwörtern, funktioniert im Internet gar nicht. Internet ist viel zu langsam, um Brute Force-Attacken gegen CMS-Systeme zu fahren. Brute Force würde ja bedeuten, ich muss das Joomla-Login-Formular irgendwie automatisiert ausfüllen oder sowas. Dann muss ich das absenden. Joomla rödelt dann und testet dieses Passwort und gibt ein Ergebnis zurück. Und wenn ihr eine gute Maschine habt, einen guten Webspace, dauert das so zwischen 150 und 200 Millisekunden. Der Hoster macht euch wahrscheinlich irgendwann die Kiste dicht, wenn ihr mehr als 10 von diesen Prozessen gleichzeitig habt. Also 200 Millisekunden mal 5 wäre 5 Angriffe in der Sekunde, 10 davon parallel wären 50 Passwörter, die man pro Sekunde durchprobieren kann. Das ist nix. Ein Wörterbuch hat viele, 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 viele Wörter. Also diese Brute Force-Angriffe, die man ständig sieht, funktionieren wirklich nur bei trivialsten Passwörtern. Wenn man sich da ein bisschen Mühe gebracht hat, schon viel wichtiger und darauf will ich eigentlich hinaus. Ein Passwort wird nicht wiederverwendet. Nie, 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 nie ein Passwort bei verschiedenen Diensten nutzen. Am besten noch immer mit derselben E-Mail-Adresse dazu, damit man es besonders leicht macht. Hängt damit zusammen, dass... Ah, ich brauche eine neue Batterie, das wäre einfach ganz hilfreich. Komisch, die war eben noch voll. Es ist total egal, wie gut das Passwort ist, was ihr wählt. Der Dienst, wo ihr das speichert, tut das ja im schlimmsten Fall im Klartext. Und dann, wenn er es im Klartext speichert, hat er wahrscheinlich auch sonst in der Programmierung geschlampt. Dann wird das Ding hops genommen und dann hat jemand euer super gutes Passwort, das ihr in euren 100 Diensten verwendet habt. Und in dem Moment ist es egal, wie gut oder wie lang es ist, das Passwort ist dann trotzdem weg. Deswegen Passwörter nur ein einziges Mal verwenden, in Kombination mit einem gescheiten Passwort-Manager. KeyPass, LastPass, OnePassword, BitWarden, was auch immer ihr wollt. Und ja, das ist das, was ihr machen wollt. Was passiert, wenn man Seiten nicht ordentlich schützt und Passwörter abgezogen werden, kann man sich auf haveibeenporned.com angucken. Ein Dienst, der glaube ich insgesamt jetzt mehrere, also zweistellige Millionen Anzahl an geleakten Benutzer-Accounts ist in dieser Datenbank zu finden. Man kann dort seine E-Mail-Adresse reinwerfen und erfährt dann in der Regel nicht, ob man betroffen ist, sondern wie oft man schon von einem solchen Leak betroffen ist. Das ist die große Motivation, das mal nachzuschauen und dann mal anzufangen, Passwörter zu ändern. Ja, bitte. Frage für die Aufnahme, Frage ist, was macht man dann, wenn man da auftaucht? Passwörter ändern. Also, wenn du weißt, ich bin bei dem und dem Dienst betroffen gewesen und das Passwort, was ich da verwendet habe, benutze ich auch noch bei 17 anderen Diensten, dann änderst du das nicht nur bei dem betroffenen Dienst, sondern bei allen und am besten nicht wieder auf dasselbe. Also, das Ziel sollte dann sein, dass dann 17 einzelne Passwörter bei dir in deinem Passwort-Tresor liegen. Ja, weil das Kind ist ja sonst sowieso schon in den Brunnen gefallen. Du kannst ja den Hack nicht rückgängig machen. Du kannst nur versuchen, den Schaden zu minimieren, indem du das Passwort veränderst, damit jemand mit den geklauten Credentials sich nicht mehr einloggen kann. Besonders beliebt sind diese Passwort-Klaugeschichten in Kombination mit einer E-Mail-Adresse, die man irgendwo auf der Seite veröffentlicht. Also, admin at website.com. Wenn das in so einer Datenbank landet, ist immer das Erste, was die Leute probieren, sich immer damit mit dem CMS einzuloggen, weil es bietet sich halt einfach so an. Bitte was? Es gibt ein, sehr gut, es gibt ein Joomla-Plugin, um die Joomla quasi mit der API von Have I Been Point zu verbinden. Idee dabei ist, dass man dann beim Passwort setzen, prüft die Joomla-Seite, ob man ein Passwort verwendet, das bekannt schon in Angriffen verwendet war, also bei Angriffen geleakt worden ist und verhindert, dass man dieses unsichere Passwort nutzt. Kann man sich mal anschauen, gibt es im Extensions-Directory. Das ist euer Suchbegriff. Gut, nächster Schritt, um das Leben leichter und sicherer zu machen, ist ein HT-Access-Schutz. Das ist nichts anderes als so ein, ja, kommt so ein Vorschalt-Passwort-Bitte-Eingeben-Fenster. Kann man per Hand anlegen, HT-Access-Passwort ist da der passende Suchbegriff, geht aber oft auch über den Hoster, übers Panel und heißt dann irgendwie Verzeichnisschutz oder sowas. Legt es auf das Administrator-Verzeichnis. Das hat den ganz großen Vorteil, dass es im Unterschied zu so Erweiterungen wie dem hier, wo man irgendwie so ein, da kommt dann so ein Sonder-Passwort noch, was man an die Adressleiste hängen muss oder so, so Blödsinn. Administrator-PHP, Fragezeichen, 13 gleich 12 oder sowas. Kann man dann beliebig konfigurieren, was man da dranhängt. Das Problem bei diesen Ansätzen ist, die schützen im Administrator-Bereich genau einen Angriffsweg, nämlich den offiziellen über die Index.PHP, die da drin liegt, also quasi der Haupteingang von Joomla, wenn ihr so wollt. Alle weiteren Dateien, die in diesem Administrator-Verzeichnis liegen, sollten theoretisch nicht direkt aufrufbar sein. Extension-Entwickler machen aber verrückte Dinge und das hat in der Vergangenheit schon dazu geführt, dass dann Dateien doch direkt aufrufbar waren, die nicht hätten aufrufbar sein sollen. Gab es zum Beispiel eine berühmte Lücke im JCE, die beliebige File-Uploads in beliebige Verzeichnisse erlaubt hat. Das war unglücklich. Und gegen diese Art Angriffe kann dieses Tool hier nicht helfen. Da braucht man einen vernünftigen HT-Access-Schutz. Lässt sich auch bei Admin-Tools einrichten, gibt es genug für. Genau, das funktioniert bei den besagten File-Uploads, also bei allen direkten Aufrufen und es hat noch den angenehmen Nebeneffekt, dass es quasi jegliche Art von automatisiertem Angriff aushebelt, der darauf abzielt, irgendwas mit der Administration zu machen. Also, wir haben ja eben gelernt, das sind Skripte, das macht keiner per Hand. Heißt, das Skript würde dann irgendwo, weiß ich nicht, Zugang, würde sich einen neuen Super-Admin einlegen, will dann ins Backend, um seinen Exploit-Code nachzuinstallieren und landet bei diesem Passwort. Und dann macht das, dann ist das Skript wie so eine Fliege an der Scheibe, dann macht das so, kommt nicht rein und der Angriff bricht ab. Die Seite ist dann zwar de facto trotzdem gehackt, aber ihr limitiert dramatisch die Auswirkungen, die das hat. Deswegen ist der HT-Access-Schutz was Schönes. Was ihr außerdem haben wollt, ist die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung. Entweder zum Beispiel über eine App wie den Google Authenticator oder über Hardware in Form zum Beispiel von einem Yubi-Key käuflich zu erwerben beim Sponsor des Joomla-Days, HSWIT. Zwei-Faktor-Authentifizierung in der Kurzzusammenfassung basiert auf der Idee, dass es etwas gibt, was man weiß, also Bundesname und Passwort, und dass es etwas gibt, was man in dem Moment des Einloggings besitzt, also das muss physisch in den Händen sein, damit man sich einloggen kann. Bei der Google Authenticator-App bedeutet das, das Smartphone muss gerade da sein, beim Yubi-Key bedeutet das, man muss den Yubi-Key gerade in dem Moment da haben. Das hebelt alle Arten von Angriffen aus, wo zum Beispiel Zunahsdaten mitgeschnitten worden sind, wo ihr bei Herr Fabian Porn aufgetaucht seid und trotz meiner Schelte dasselbe Passwort verwendet. Diese Art Angriffe werden dazu verlässlich abgefangen und man kann damit auch bedenkenlos mal, also recht bedenkenlos, an einem weniger vertrauenswürdigen Rechner arbeiten, weil selbst wenn da ein Keylogger draufläuft, der die Zugangsdaten mitschneidet, sind die danach nutzlos, weil der zweite Faktor fehlt. Und so sieht so ein Yubi-Key dann in groß aus, gibt es in verschiedensten Formen und Farben beim Kollegen. Es gibt auch Passwortmanager, ich weiß, KeePass macht das, ich glaube, OnePassword macht das auch, bei LastPass weiß ich es gerade nicht. Da kann man quasi die Funktion des Google Authenticators, also scheinbar Zufallszahlen zeitgesteuert zu generieren, kann man auch in den Passwortmanager mit hineinnehmen. Dann generiert der diese Zahlenfolge, dann ist man noch unabhängiger von Geräten, kann man machen, wenn man will, ist ja persönliche Frage. Genau, und so sieht das dann aus, man wird dann nach Benutzername gefragt, nach Passwort gefragt und hat den Secret Key oder Sicherheitscode, glaube ich, ist das im Deutschen, also das dritte Eingabefeld, wo dann der geheime Code reinkommt. Diese Vorkehrung hebelt ebenfalls alle Situationen aus, wo es jemandem gelingt, das Passwort eines Administrators zu resetten. Gibt es so ein paar Angriffsszenarien, wo das passieren kann oder wo jemand versucht, ne doch, genau, Passwort-Reset ist in dem Moment ausgehebelt, weil die Zwei-Faktor-Authentifizierung das noch weiterhin schützt. Auch da gibt es ein paar schöne Varianten. Ihr wollt Backups haben, für den Fall, dass das Kind in den Brunnen fällt und ihr wollt vor allen Dingen diese Backups lange rückwirkend haben. Es ist bei den Angriffen inzwischen Gang und Gäbe, dass eine Seite angegriffen wird, dass sie erfolgreich angegriffen wird, dass eine Hintertür irgendwo in der Seite platziert wird und dann passiert sechs Monate nichts. Der Angreifer sitzt da, wartet, freut sich, zählt seine Geldscheine und dann, wenn euer Hoster keine Backups mehr hat, ihr keine Backups mehr habt und niemand mehr ein Backup habt, dann wird dieser Angriffscode erst aktiv, fängt an, was weiß ich, Phishing-Seiten zu hosten, Spam zu verschleudern. Euer Hoster benachrichtigt euch, dass die Seite gehackt ist und ihr stellt das letzte verfügbare Backup wieder her, das aber bereits gehackt ist, weil die Vorhaltezeit nicht lang genug ist. Da gibt es verschiedenste Varianten, empfehlenswert an dieser Stelle, zumindest, also ich benutze es, ihr könnt auch was anders nehmen, Akiba Backup. Akiba Backup in unserem konkreten Fall ist so konfiguriert, dass das jeweils erste Backup eines Monats dauerhaft erhalten bleibt. Das lässt sich einstellen bei den Quote-Einstellungen, das erste Backup eines Monats bleibt. Für 60 Tage Rückwirkung haben wir tägliche Backups und jetzt kommt der spannende Part. Ein Backup ist völlig nutzlos, wenn es auf demselben Webspace liegt, weil dann wird es bei einem Angriff schlicht gelöscht. Das Backup muss also extern sein und extern in einer Form, wo es dem Angreifer nur möglich ist, etwas von mir aus noch zu lesen, aber keinesfalls zu löschen. Also der Modus, den viele von euch wahrscheinlich betreiben, ich schiebe das Akiba Backup per FTP bei mir auf die Kix-Dose, die bei mir im Büro steht, so ein Synology oder so ein Blödsinn, da hat der FTP-User in der Regel ja auch Löchrechte. Der FTP-User ist in der Akiba-Konfiguration eingetragen. Die Akiba-Konfiguration ist in den Händen des Angreifers, der hat euch ja gerade erfolgreich gehackt. Das heißt, der Weg ist dann Akiba-Konfigurationen lesen, FTP-Account lesen, verbinden, Backups löschen. Kein hypothetischer Fall, passiert so in der Realität. Deswegen ist meine ganz persönliche Empfehlung, sucht euch einen Dienst, wo ihr über Benutzerrechte das Löchchen verhindern könnt. Konkret empfehle ich da Amazon S3, weil man da über die Benutzereinstellungen sehr fein granular sagen kann, der Benutzer darf schreiben. Das ist praktisch, er muss es ja hochladen können, aber er darf nicht löschen. Der einzige Fallstrick, und da muss man sich drüber im Klaren sein, wenn der nicht mehr löschen kann, kann der Akiba-Benutzer auch nicht mehr hinter sich aufräumen. Das heißt, diese Quotafunktionalität zu sagen, alte Backups wegwerfen, die funktioniert dann prinzipbedingt automatisch auch nicht mehr. Da muss man sich dann manuell drum kümmern oder ein Skript schreiben oder sonst was. Frage für die Aufnahmen, ist das Problem bei Dropbox das gleiche? Antwort ja. Ja. Bei Dropbox auch, es gibt dann eine Write-Berechtigung, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe und die schließt die Lead mit ein. Richtig. Ja. 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 Für die Aufnahme, es gibt natürlich auch den umgekehrten Weg, dass man aus Akiba heraus die Sachen nicht übertragen lässt, sondern dass man sie sich von extern herunterlädt, sodass die Zugangsdaten in Akiba gar nicht erst hinterlegt sind. Auch das ist eine schöne Variante. Genau. Aber das wollt ihr haben. Lange Vorhaltezeit, nicht löchtbar, externer Server. Und, sorry, das muss jetzt mal raus, ein ungetestetes Backup ist kein Backup. Ihr müsst eure Backups regelmäßig testen und wenn ihr das nicht manuell machen wollt, habe ich gehört, gibt es Dienste, da kann man das automatisieren und da muss man das nicht per Hand machen. Genau. Weiterhin, installiert bitte so wenig Erweiterungen wie möglich. Jede Erweiterung ist, wie man in der Liste der unsicheren Erweiterungen unter vel.gumna.org sehen kann, quasi eine wandelnde Zielscheibe. Es ist leider so, dass es bei den Extension Entwicklern auch sehr, sehr viele Jungs und Mädels gibt, die das nach bestem Wissen und Gewissen aber ganz, ganz furchtbar grausam zu machen und dabei jegliche nur erdenklichen Sicherheitsstandards außer Acht lassen. Also, ich habe mir viele Sachen angeguckt, das ist wirklich dramatisch. Deswegen so wenig Erweiterungen wie möglich, das verringert einfach die Angriffsfläche. und ich glaube, von dem hier Ding gibt es auch ein RSS-Feed, kann man irgendwo auf der Seite abonnieren. Hängt euch da rein und monitort das so ein bisschen, ob da eine von euch betroffene Erweiterung mit dabei ist. Mein langfristiges Ziel ist es, aus diesem Diamant des Joomla Website Dienstes irgendwie eine API zu machen, die man automatisiert verarbeiten könnte, weil es wäre natürlich viel klüger, wenn euer Joomla sagt, hey, die Erweiterung hat eine bekannte Sicherheitslücke, das steht auf Joomla.org, willst du die nicht mal updaten, aber wir sind auf dem Weg dahin. Ich sage es mal so. Wenn ihr euer Joomla betreibt, euch regelmäßig einloggt und regelmäßig Updates macht, dann kommen da so nervige Kästen, die heißen Nachinstallationshinweise und was ihr bitte nicht macht, ist reinklicken, ausblenden, ohne zu lesen, was da steht, weil es inzwischen schon mehrfach den Fall gab, dass wir über Nachinstallationshinweise Sicherheitsverbesserungen vorgeschlagen haben. Die offensichtliche Frage ist, wieso schreibt ihr das als Hinweis rein und macht das nicht einfach? Das betraf immer dann Fälle, wo wir in die Konfiguration der Seite in einer Form eingreifen hätten müssen, dass dabei etwas kaputt gehen könnte. Also ein konkretes Beispiel, Flash-Uploads im Media-Manager verbieten. Flash-Dateien waren eine ganze Zeit lang in Joomla erlaubt zum Upload, aus mehr unerfindlichen Gründen und wir können ja nicht einfach in euren Seiten rumschreiben und sagen, nö, Flash geht jetzt nicht mehr. Deswegen gibt es einen Nachinstallationshinweis dazu, wo drinsteht, nehmen das bitte selber raus. Gleiches gilt für Textfilter-Einstellungen, Ergänzungen zur HT-Access und all diesen Dingen. Falls ihr die in den vergangenen Monaten einfach immer schön achtlos weggeklickt habt, Komponenten, Nachinstallationshinweise, da kann man die wieder einblenden und nochmal lesen, aus Gründen. Wenn ihr alle Nachinstallationshinweise bearbeitet habt, dann schaut ihr bitte mal auf euren Webhoster. Ein guter Webhoster wird euch nicht vor jedem Hack retten, aber ein guter Webhoster hat wahrscheinlich eine Infrastruktur, mit der Angriffe von vornherein gefiltert werden. Das funktioniert nicht bei jeder Erweiterung und in jedem Fall, aber die Wahrscheinlichkeit bei sehr gängigen Angriffen, dass da mal ein Filter mit dabei ist, ist hoch. Ein guter Webhoster wird sich aktiv bei euch melden, wenn die Seite gehackt ist. Ein guter Webhoster wird euch aktiv dabei unterstützen, den Hack zu bereinigen. Das macht einfach das Leben leichter. Das ist keine Garantie, aber es hilft massiv. Die umgekehrte These, dass es Hoster gibt, die Angriffe besonders erleichtern, weil die besonders unsicher sind, habe ich jetzt bei den größeren deutschen Hostern so noch nicht beobachtet. Die machen ihren Job alle mehr oder weniger in Ordnung. Vorsicht zu genießen ist tatsächlich bei so Garagen-Hostern. Also der eine Agentur-Hoster, der zwei Server mit Plesk hat und eigentlich nicht weiß, was er tut. Da werden oft so kurioseste Konfigurationen gebaut, wo dann zum Beispiel Agenturkunde 1 in den Account von Agenturkunde 2 reinschreiben kann. Letztens mir nochmal begegnet. Alle Beteiligten waren total erstaunt, wie es sein kann, dass alle 120 Domains auf diesem Server gleichzeitig mit Chartcode befallen sind. Und das hat sich dann relativ schnell erklärt, weil die waren halt in einem Webspace. Doof. Ein Tipp, den ihr so wahrscheinlich in der Form recht selten lesen werdet. Lockt euch nur dann als Super-Administrator ein, wenn ihr etwas tun müsst, was nur ein Super-Administrator kann. Hintergrund, Achtung, Paranoia-Modus. Es gibt eine Angriffsart, das sind die sogenannten Cross-Site-Scripting-Attacken. Die Idee dabei ist, der Angreifer kann irgendwo in die Webseite JavaScript-Code einschleisen. JavaScript-Code wird bei euch im Browser ausgeführt und läuft dann quasi mit den gleichen Rechten wie euer Mausfinger. Ja, wenn dieser JavaScript-Code also in einem Browser eines eingeloggten Super-Admins zur Ausführung kommt, kann er all das, was ein Super-Admin kann. Und ein Super-Admin kann so tolle Sachen machen wie beliebige Erweiterungen nachinstallieren, wo beliebige böse Sachen drin sein können. Die Index-PAP vom Template bearbeiten, wo man dann beliebige böse Sachen reinschreiben kann. Den Joomla-Update-Server verbiegen, wo man dann beliebige böse Sachen reintun kann. Also es ist so ein roter Faden, der sich dann irgendwann durchzieht. Mir ist klar, dass das nicht in allen Situationen die praktikabelste Variante ist. Aber wenn ihr in einer sensiblen Umgebung seid, ist das tatsächlich eine Variante, die insbesondere bei gezielteren Angriffen wirklich ein großes Mehr an Sicherheit bringt. Weil Cross-Site-Scripting-Angriffe lassen sich in der Regel nicht so im großen Stil ausrollen. Das ist einfach unpraktikabel. Aber gezielte Angriffe, da bieten sich Cross-Site-Scripting-Attacken einfach an. Da gibt es auch in Joomla genug von. Bitte stellt eure Seite auf SSL um. Das ist 2019, wir machen keinen Plaintext mehr. Als zusätzliche Motivation in diesem Zusammenhang, die großen Browser-Hersteller, allen voran Google, treibt eine Kampagne voran, die man jetzt langsam bemerkt. Früher war es so, wenn es eine HTTP-Seite war, war es halt eine HTTP-Seite. Und eine HTTPS-Seite bekam irgendwie drei grüne Siegel in der Adressleiste und war dann super secure. Jetzt inzwischen ist schon so eine kleine Bewegung passiert. Diese grüne Adressleiste, die sogenannten Extended Validation-Zertifikate, werden von den Browsern inzwischen ignoriert. Das ist jetzt auch einfach eine ganz normale Darstellung, da steht kein Name mehr drin, ist nicht mehr grün, ist übrigens der Todesstoß für die kommerziellen Zertifikatsanbieter. Und normale HTTP-Seiten, sobald da ein Formularfeld drin ist, da kommt dann dieser Hinweis, das hier könnte unsicher sein. Vorsicht. Das war jetzt die erste Stufe. Die nächste Stufe wird sein, dass Browser, allen voran wieder der Chrome, bei unverschlüsselten Seiten eine großflächige rote Warnung dahin packen wird, wo eigentlich die Seite wäre und sagen wird, bist du deppert? Das ist eine unverschlüsselte Verbindung. Lass das. Und dann muss man einen Ich-bin-dumm-und-will-das-trotzdem-machen-Knopf drücken, um diese Seite aufrufen zu können. Und im Umkehrschluss wird aus der besonders sicher markierten Seite mit dem Schloss oben eine ganz normale Seite. Da verschiebt sich gerade die Sprache so ein bisschen, weil HTTPS inzwischen halt der Standard sein soll und keine Ausnahme mehr. Und im Umkehrschluss HTTP dann besonders schlecht ist. Deswegen braucht ihr das. Wenn ihr bei einem Hoster seid, der ernsthaft noch Geld für Zertifikate haben will, überlegt mal zu wechseln, wenn wechseln nicht praktikabel ist. Schaut euch mal Cloudflare an zum Beispiel. Bei Cloudflare kann ich als DNS-Server bei mir in der Domain hinterlegen. Also mein Hosting bleibt so, wie es ist. Und Cloudflare bietet für euch dann ein kostenloses SSL-Zertifikat, was dann vorgeschaltet ist. Man kann darüber streiten. Daten, USA, BUHA, Auftragsdatenverarbeitung und so Gedöns. Aber ich glaube, es ist im Zweifelsfall immer noch besser als kein HTTPS. Mein wichtigster Tipp eigentlich überhaupt und von der Welt ist, macht Updates. Bitte. Bitte. Warum ist mir das so wichtig? Da muss man so ein bisschen den Prozess verstehen, wie im Joomla-Kontext Lücken gemeldet werden. Wir haben so ein lustiges Formular und auch eine E-Mail-Adresse veröffentlicht. Und dann kommt so ein Sicherheitsforscher, so ein Security-Zap und sagt, hey, guck mal da, ich habe eine coole Lücke in Joomla gefunden. Ich glaube, ich melde die mal. Und es gibt Gott sei Dank in der Security-Industrie den Prozess des sogenannten Responsible Disclosures, also das verantwortungsbewusste Melden, wenn ihr so wollt. Und wenn er diesem Prozess folgt, meldet er die Lücke an uns und auch nur an uns. Das heißt, das ist dann ein kleiner Kreis des Vertrauens. Wir gucken uns diese Meldung an, wir bewerten das, wie schlimm das ist. Wenn es sehr schlimm ist, dann lassen wir alles stehen und liegen und machen sofort einen Patch. Wenn es weniger schlimm ist, dann dauert das auch schon mal ein bisschen. Und irgendwann gehen wir dann hin und sagen so, heute ist Releasetag, der Patch wird veröffentlicht. Und in dem Moment, wo wir auf Veröffentlichen drücken, laufen tausend Hacker selbst los und gucken sich an, was hat sich denn in der vorherigen Version im Vergleich zur jetzigen Version am Code verändert. Und normalerweise kann so ein mittelintelligenter Schimpanse nach ungefähr 15 Minuten sagen, oh guck mal, da ist die Lücke. Dann läuft er los, versucht sein Finding zu bestätigen und in der Regel ist es so, dass in den ersten zwei bis drei Stunden nach dem Patch bereits die ersten gezielten Angriffe kommen, wo dann auf Joomla.org mal ausprobiert wird, ob das auch wirklich funktioniert. Und bei wirklich kritischen Lücken haben wir es beobachtet, dass in so einem Zeitfenster acht bis zehn Stunden nach dem Patch bereits erste automatisierte Angriffswellen kamen. Bedeutet im Umkehrschluss, wer in den ersten 24 Stunden ein Update nicht einspielt, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit gehackt. Jawohl, Harald. Heißt das Open Source ist weniger sicher als Closed Source? Nein, das heißt das nicht. Ich würde sogar argumentieren, dass Open Source da bedeutend sicherer ist, weil ich bei Open Source den Vorteil habe, dass auch gute Zapps sofort in den Code gucken und danach und darüber prüfen, ob die Lücke, die wir schließen wollten, auch wirklich geschlossen ist. Im Closed Source Kontext muss ich immer blind vertrauen, dass Microsoft die Lücke auch wirklich behoben hat. Ich kann es ja nicht verifizieren. Ich kann nur mit dem Stock drauf pieksen und hoffen, dass das geht, aber im Open Source Umfeld ist es transparent, es ist nachvollziehbar. Ich persönlich finde das ganz angenehm. Beantwortet das deine Frage hinreichend? Jawohl, sehr gut. Vielen Dank für die Suggestivfrage, das hat mir sehr geholfen. Also ihr müsst zeitnah updaten und ihr müsst insbesondere zeitnah updaten, wenn es sowas hier gibt, wenn auf Joomla.de schon vor dem Update die Einkündigung kommt, dass es sicherheitskritisch ist, dass das Update dann und dann kommt und dass ihr das dann sofort einspielen sollt, dann solltet ihr das dann sofort einspielen. Wie gesagt, dieses Zeitfenster sechs bis acht Stunden ist sehr real. Das kann man nicht am nächsten Tag machen. Ist bitter, aber ist so. Im Umkehrschluss, was nicht funktioniert, haben wir ja gerade schon gehört. Ich warte mal zwei Tage und gucke mal, wie das neue Update so läuft. Das ist eine schlechte Idee. Was nicht funktioniert, sind sämtliche Dinge im Bereich, wir nennen das Security by Obscurity, also irgendwas verstecken. Ich nehme den Generator Tag raus, ich schreibe eine andere Klasse ins Menü, dann sieht keiner mehr, dass das ein Joomla ist. Ich verstecke das Administrator-Verzeichnis. Ich mache die SEO-URLs an, weil dann steht da nicht mehr Index, PHP, Com-Content, irgendwas. Die Idee dahinter ist ja immer, wenn die das nicht sehen, dass das Joomla ist, dann kann da auch keiner hacken. Die bittere Realität, wenn ihr mal in euer Log-File guckt, das ungefähr so aussieht. Es sieht einfach immer aus wie Hacker-News bei der Tagesschau. Was man da jetzt so semi-gut sehen kann, ist dieser Kasten hier. Das ist eine Joomla-Seite mit lauter Angriffen auf Dateien wie WP-Content, WP-Admin, eine nicht existierende License-PAP. Und was lernen wir daraus? Das guckt niemand nach. Angriffe werden blind abgefeuert. Und es ist auch total logisch, dass das so ist, wenn man mal drüber nachdenkt, weil vorher nachgucken, also eine Abfrage machen und dann erst den Angriff machen, ist ja doppelt so viel Anfrage wie den Angriff einfach abfeuern. Wenn der dann in 404 läuft, ist ja egal. Dementsprechend wird jede Seite mit jeder Art Angriff für jede nur erdenkliche Web-Server-Software beschossen. Deswegen ist es auch egal, ob ihr das versteckt habt oder nicht. Nächster Gedanke ist dann dahinter, ja, ich habe die per robots.txt, ist meine Seite gar nicht auffindbar und die kennt ja sowieso keiner und ich habe so eine kryptische Domain und so. Auch das ist eine ganz, 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 ganz blöde Idee, weil es in Zeiten von HTTPS etwas gibt, die sogenannte Certificate Transparency. Es gibt eine globale Liste, wo die SSL-Zertifikatsanbieter jedes ausgestellte Zertifikat melden müssen. Und diese Liste ist öffentlich einsehbar. Das heißt, ich habe quasi einen Livestream von allen Zertifikaten auf der Welt und kann mir dadurch ja quasi das Internet kartieren. Und das kann ich nicht nur, sondern das passiert so. Das wird so gemacht und es wird insbesondere auch für Angriffe verwendet. Also kryptische Namen helfen da nicht. Was auch nicht funktioniert, sind irgendwelche Verrenkungen mit Dateirechten. Ich liebe das. Machst 444, dann kann da keiner was machen. Das funktioniert super. Funktioniert deswegen nicht, weil Linux-Dateirechte in der folgenden Form aufgebaut sind. Es gibt quasi drei Arten von Berechtigung. Es gibt das, was der Besitzer dieser Datei machen kann. Was die Gruppe machen kann, zu der diese Datei gehört. Und was der Rest der Welt machen kann. Und es gibt die vier Rechte Lesen, Schreiben und Ausführen. Und man kann dann in den Linux-Dateisystemen differenzieren, dass die Gruppe hier was lesen darf und der Besitzer darf auch ausführen. Und dann kann man sich das da entsprechend so zusammenstellen, wie man es braucht. Weil, wenn ich meinem Admin-Kollegen jetzt was durchgeben muss und dann sagen müsste, kannst du es mal so machen, dass der Besitzer lesen, aber nicht schreiben, aber ausführen. Und die Gruppe dies und das, das dauert zu lang. Deswegen hat jede dieser Aktionen eine Ziffer bekommen. Und dann addiert man das quasi auf. Also wenn er lesen darf, bekommt er eine 4. Wenn er schreiben darf, bekommt er eine 2. Wenn er ausführen darf, bekommt er eine 1. 4 plus 2 plus 1 ist 7. Hier nach dem Motto dann für Lesen 4, Welt 4. Und dann ist klar, dass hinter dem Recht 744 diese Berechtigungsstruktur steckt. Dateirechte mal erklärt. So. Und das ist dann das, was alle immer haben wollen. Wir machen 444, die Configuration.php, die musst du auf 444 setzen. Boah, sonst kann da jeder was reinschreiben. Boah. Boah. Das Problem ist, es gibt einen Gruppen, jemanden hier in diesen Spalten, der kann die Rechte einer Datei immer und beliebig verändern. Und das ist unglücklicherweise der Inhaber, also nein, was heißt unglücklicherweise? Das macht ja Sinn. Der Inhaber kann das immer überschreiben. Ist der Regelfall, gibt Ausnahmen, aber das ist der Regelfall. Bedeutet, wenn es jemand schafft, meine Seite anzugreifen, kann er dort Code ausführen. Code läuft mit den Berechtigungen, also mit dem PHP-Benutzer. Wem gehören die Dateien? Dem PHP-Benutzer. Was kann der alle Berechtigungen verändern? Also das, wovor ich mich schützen will, kann prinzipbedingt gar nicht funktionieren, weil die Rechte, also der Benutzer, der den Code letztlich ausführt, ist auch der, der die Rechte hat, die Rechte zu ändern. Es gibt eine einzige Ausnahme, nämlich die Dateien gehören einem anderen Benutzer. Das kann man machen. Dann ist aber das Problem, dass man keine Dateien hochladen kann, keine Joomla-Updates übers Backend ausführen kann, nichts installieren kann, kein Caching nutzen kann, keine Logdateien geschrieben werden. Das ist so in der täglichen Handhabung recht unpraktisch. Deswegen würde ich mir das gut überlegen. Genau. Was man tatsächlich vermeiden dürfte, wäre 777. Das ist jetzt ehrlich gesagt auch kein Weltuntergang, weil Welt bedeutet nicht Welt, sondern Welt bedeutet andere Menschen auf dem gleichen Server unter der Voraussetzung, dass nicht jeder quasi seine eigenen kleinen virtuellen Server hat, sogenannte Change Roots. Ich würde es trotzdem vermeiden, weil wie gesagt, es gibt kuriose Hoster mit kuriose Konfigurationen und es kann dann schon mal sein, dass so eine Infektion sich über mehrere Systeme ausbreitet. Last but not least habe ich euch mal eine kleine Tabelle zusammengestellt mit gängigen Exploits, die es so in den letzten Jahren gab, also Lücken in Joomla und Tritterweiterung und welcher Ansatz, welche Maßnahme denn geholfen hätte und welche nicht. Rot ist alles, was nicht geholfen hätte. Grün ist alles, was hilft oder wie hier unten unter Umständen hilft. Und ja, da kann man recht eindeutig sehen, welche Sachen eine gute Idee sind und welche nicht. Diese Tabelle inklusive einer genaueren Erklärung dahinter gibt es in einem Vortrag von mir, das war der Joomla Day vor zwei Jahren in Königstein. Joomla Security Crash Course wäre da euer Suchbegriff bei YouTube. Da erkläre ich das nochmal genauer, aber mal so zum Eindruck kriegen. Ja, bitte. Ja, bei gescheiterten Logins, finde ich, kann man das machen. Bei 404ern finde ich das recht sinnfrei, ehrlich gesagt. Ich verstehe die Idee dahinter. Da greift jemand an, probiert Angriffe durch und klar, ich ziehe mir dann Last vom Server. Ich verstehe das. Auf der anderen Seite gibt es auch legitime Use Cases, wo aus irgendwelchen Gründen mal 404er aufgerufen werden könnten. Zum Beispiel, ich nehme einen Bereich meiner Seite, mehrere Menüunterpunkte, unpubliche das und dann kommt der Google-Robot am nächsten Tag um die Ecke, will diese Seiten nochmal einlesen und macht dann fünf Filmen 404er in zehn Sekunden und dann sperre ich Google. Das kann man machen, aber das hat Google erfahrungsgemäß nicht so wahnsinnig gern. Deswegen würde ich es mir gut überlegen, ob das so immer die Maßnahme ist. Quasi fließende Überleitung dazu, cwkos.de ist ein Dienst, den der CMS-Garden zusammen mit der Ruhr-Uni Bochum und dem Eco-Verband entwickelt hat, ein kostenfreier Service, wo ihr eure Seiten anmelden könnt und dort werden dann eine Reihe von Sicherheitsscans gemacht. Betrifft zum Beispiel die Frage, macht euer Hoster seinen Job richtig? Das ist eigentlich der Hauptteil der Scans, zieht darauf ab, schützen die euch vor gängigen Lücken in der Verschlüsselung. Aber recht neu hinzugekommen ist jetzt auch ein Plugin, das für euch prüft, ob das verwendete CMS aktuell ist und das gibt ordentlich Punktabzug, wenn nicht, aus den genannten Gründen. Und dieses Plugin zum Beispiel verursacht, also dieser Scanner verursacht reihenweise 404er auf Webseiten, prinzipbedingt, weshalb ich mich aktuell damit rumplage, dass wir ständig automatisiert jetzt Abuse-Meldungen von irgendwelchen Menschen bekommen, die nach 3404ern sagen, oh pöse, pöse, pöse. Deswegen bin ich da etwas gespalten. Ja, eigentlich ist das nicht so schwer, wie wir gerade gelernt haben. Habt ihr noch Fragen? Ah, weil das die erste Frage ist, die kommen wird. David, was hältst du von Security Extensions? Ich ganz persönlich halte von Security Extensions tendenziell eher Abstand. hat den Grund, dass viele der Angriffsszenarien, die in den letzten Jahren wirklich großflächig ausgenutzt worden sind und die wirklich wehgetan haben, da konnten die Security Extensions prinzipbedingt nicht so richtig dolle helfen. Also, das heißt dann Web-Application-Firewalls, was die machen, da ist dann eine Firewall in Joomla drin und die soll irgendwas filtern. Wenn man das laut sagt, merkt man das schon selber, wo das Problem ist. Der Witz bei einer Firewall ist ja, das soll da vorgeschaltet sein, damit niemand an das Angriffsziel herankommt. Bei einer Web-Application-Firewall ist das ja andersrum. Da machst du quasi die Tür auf, der Angreifer kann schon drei Schritte gehen und wird dann das erste Mal freundlich gefragt, was denn seine Absichten sind. Also, diese Web-Application-Firewalls sitzen zwar so früh, wie es in Joomla geht, aber immer noch zu spät, um Joomla zuverlässig von oben nach unten durchschützen zu können. Das ist das eine Problem und das andere Problem mit den Security Extensions, die sind recht groß, die sind recht komplex, die haben recht viel Code und es gibt einfach ein sehr reales Risiko, dass die selber Sicherheitslücken haben. Das passiert ständig, um ehrlich zu sein. Bitte? Und Performance sowieso. Also, es gibt genug Gründe, warum man sich das überlegen sollte. Ich persönlich, toll, 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 mache seit 15 Jahren Joomla-Seiten. Ich habe nie eine Security Extension gehabt. Ich hatte nie eine gehackte Seite mit den genannten Tipps. Weitere Fragen? Ja, bitte. Ja. Es gibt die Möglichkeit, über die htaccess-Datei einen vorgeschalteten Passwortschutz zu machen. Also, du legst im Administrator-Ordner eine Datei mit dem Namen .htaccess ab und hinterlegst da dann den Verweis auf diese Passwort-Datei. In dieser Passwort-Datei wiederum ist dann der Benutzername und das Passwort, was man eingeben muss, um überhaupt zum Joomla-Login zu kommen. Genau. Ja. Genau. HTTP-Basic-Out über den Apache, entweder über htaccess gemacht oder direkt im V-Host-Eintrag geht auch. Ja, bitte. Für die Aufnahme, wenn ich es richtig verstehe, ob man den YubiKey auch für die htaccess-Datei kann. Ja. Es gibt allerlei Authentification-Plugins für den Apache, mit Sicherheit auch irgendwas für YubiKey OTP und es gibt die Variante, oh jetzt wird es sehr technisch, man kann den YubiKey, es gibt ein YubiKey-Plugin, also ein OTP-Plugin für Linux wiederum und dann kann ich dem Apache sagen, er soll gegen einen lokalen PEM-Nutzer authentifizieren und dann geht das auch. Punkt. Gut. Das ist etwas komplexer. Weitere Fragen? Ja, bitte. Ja. Was ich von Side-Log oder Sucuri halte oder vergleichbaren Tools. Ich finde sie dann sinnvoll, wenn der Verkehr zur Seite tatsächlich vorgeschaltet durch einen dieser Dienste getunnelt wird. Einfach nur irgendein komisches Badge auf die Seite klatschen, zum Beispiel, das soll es ja geben, bringt natürlich überhaupt nichts. geschützt von Side-Log, wenn der Traffic da nicht wirklich durchläuft, sondern ich einfach nur irgendein komisches Plugin installiert habe, bringt überhaupt nichts. Also es muss dann wirklich schon als vernünftige Firewall eingerichtet sein. Und wenn man das macht, wäre meine persönliche Empfehlung, sich eher an den Anbieter der beiden genannten zu hängen, der aus meiner Wahrnehmung heraus auch wirklich nennenswert im CMS-Umfeld unterwegs ist und auch an die Community etwas zurückgibt und das wäre in dem Fall tatsächlich konkret eher Sucuri als Side-Log, die nämlich da tatsächlich eher weniger war, ohne ihnen jetzt Unrecht tun zu wollen. Punkt. Ja, bitte. Ja, also Szenario, ich bin eine Agentur, ich muss viele Seiten warten und es kommt ein kritisches Sicherheitsupdate. Was mache ich, um mich vorzubereiten und das? Ja. Ja gut, für mich persönlich wäre das geografische Thema tatsächlich ein kleineres, weil ich bin ja mobil, ich habe das, was ich brauche bei mir. Grundsätzlich, wenn sich ein kritisches Sicherheitsupdate ankündigt, wäre als erstes mal eine Runde Backups ganz sinnvoll, einfach schon mal prophylaktisch lieber eins haben und keins brauchen als umgekehrt. Und wenn es dann darum geht, Updates an viele Seiten gleichzeitig in großem Umfang auszurollen, gibt es die verschiedensten Lösungen für diverse Verwaltungslösungen für Websites. Ja, genau. Selbst gehostet als SaaS, das wäre dann eine gute Variante. Weil per Turnschuh-Administration 200 Seiten nacheinander durcharbeiten zu wollen, das geht. Ich weiß auch, dass Menschen das machen, aber das skaliert nicht sonderlich gut, um das mal vorsichtig zu sagen. Und ja, braucht halt einfach unheimlich viel Zeit, die man dann im Zweifelsfall nicht hat. Ja? Ja? Ich vermute, also die Frage wäre, warum sind in der erweiterten ht-access auf joomla-security.de Sachen drin, die nicht im normalen ht-access drin sind? Ja, klar, aber manche sind ja begründet, weil es individuell zu dem Seite anfängt. Genau. Dazu muss man als erstes mal einen Disclaimer raushauen. joomla-security.de wird nicht vom Security-Team betrieben. Das ist ein Privatprojekt eines nicht näher genannten Herren in der dritten Reihe. Von daher kann man alle Fragen dort stellen. Die ht-access, die auf joomla-security.de ist, hat Dinge, die in vielen Situationen hilfreich sind, aber halt nicht in allen. Und wir können eigentlich nur das in der joomla-ht-access ausrollen, was mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine Probleme macht. Und das ist bei vielen Sachen in der joomla-security-ht-access einfach nicht der Fall. Man hat mir ein rotes Schild mit Ende vor die Nase gehalten. Eine letzte Frage, wenn es noch eine gibt. Ja. Wie verkauft man Sicherheit an Endkunden? Ja, ich sage dann genau das. Also die Frage ist, wie verkauft man Sicherheit an Endkunden? Ich erkläre das, dass es egal ist, dass das so eine kleine Seite ist. Und was meiner Erfahrung nach extrem gut hilft, ist rechtliche Drohungen. Also den Kunden im Zweifelsfall darüber aufklären, dass er als Betreiber der Webseite eine sogenannte Verkehrssicherungspflicht hat. Das ist das Gleiche wie das Streuen auf dem Gehweg. Und dass er Maßnahmen zu ergreifen hat, die sich im aktuellen Stand der Technik orientieren, um die Seite sicher zu halten und somit Webseite-Besucher zu schützen. Und Updates machen gehört definitiv zum aktuell anerkannten Stand der Technik dazu. Wer das nicht tut, verletzt seine Verkehrssicherungspflicht und haftet für Schäden, die dadurch entstehen. Und wenn der Kunde dann sagt, ja, Bock, mache ich, ja, dann ist das so. Dann lässt er es unterschreiben, lochen, abheften, fertig. Ja, da kannst du ja natürlich so Horrorszenarios machen, wie der Benjamin gerade sagt. Stellen Sie sich mal vor, Sie hosten da, die Seite wird gehackt und dann sind Kinderpornos auf Ihrer Seite und morgens um zwei steht das SEK bei Ihnen dann im Schlafzimmer. Aber da, also ja, das sind natürlich auch plausible Szenarien, aber ich habe tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass dieses Rechts- und Haftungsthema relativ gut zieht. Es gibt, letzte Anekdote, da bin ich fertig. Ich hatte mal einen Anruf, Telefon klingelt, ich nehme ab und dann meldet sich ein junger Mann, der sagt, hallo, hier ist das LKA Niedersachsen Cybercrime Department. Und ich so, shit, wo ist der große Magnet für die Festplatten? Und dann stellte sich heraus, dass die auch recherchiert haben, weil ein nicht näher genannter niedersächsischer Automobilkonzern ein großes Problem mit einem Krypto-Trojaner-Angriff hatte. Und dieser Krypto-Trojaner-Angriff kam über eine gehackte Joomla-Seite. Da waren Mitarbeiter auf einer gehackten Joomla-Seite unterwegs, hat sich den Krypto-Trojaner eingefangen. Und das hat in einem Betriebsteil zu einem mehrtägigen Produktionsausfall geführt. Das wird ganz schnell, ganz teuer, ganz, ganz, ganz teuer. Das ist 30 Euro für die Wartung, die günstigere Alternative. Gut, dann bedanke ich mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit und ja, läuft. Das ist 30 Euro für die Wartung.